Wir begrüßen Sie aus dem Ingolsthofer Stadion, wir begrüßen Sie aus Köln am letzten Spieltag und freuen uns auf das große Karnevalds-Fassenach-Zuell der 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05. Ein Spieler, der im Mittelpunkt stehen wird, Antoni Modest, kann noch Torjäger werden. Allerdings braucht er dafür eine Vielzahl an Toren. Wir sind gespannt, dass die Kölner zeigen werden. Mainz ist so gut wie gerettet. Eigentlich hat jeder längst gefeiert mit den Mainzern. Sie können theoretisch noch absteigen, müssen aber deftig verlieren und parallel muss alles gegen Mainz laufen. Das ist nicht zu erwarten für das Team von Martin Schmidt. Eine Überraschung bei den Kölnern. Marco Höger in der Startelf, deswegen Hector links in der Verteidigung. Heinz spielt auf der Position, die eigentlich supertisch zugedacht war. Und während wir die Kölner Fans sehen im Süden des Stadions, schauen wir auf die Mainzer Mannschaft. Mit Janni Kutweidern im Tor hat Lössel abgelöst als Mainzer Torwart. Brosinski, Balogun, Bell, Donati davor, Schibbermann und Frey im Mittelfeld vorne. Jean Cordoba als Spitze bei den Mainzern. Und Sie sehen es bereits, die Kölner haben einfach nochmal das Karnevalstrikot ausgepackt, dass sie eigentlich nur zu Beginn und zum Ende der Saison anziehen. Jetzt, also auch am letzten Spieltag nochmal passend zum Spiel gegen die Mainzer. Dieses ungewöhnliche Trikot, ganz im Zeichen der Stadt Köln. Wir sehen den Kölner Torwart, Timo Horn, der nicht nominiert wurde für den Convert Cup, aber heute die Saison ausklingen lassen kann. Und vielleicht geht ja noch was Richtung Europa League. Das wird sich alles zeigen heute mit einem Sieg. ist Köln höchstwahrscheinlich dabei im Europapokal. Mainz beginnt in den gelben Trikots. Köln in Weiß von rechts und links. Auf geht's in das letzte Spiel der Spielzeit hier in Köln. Und gleich der erste Einwurf für die Kölner, für Kapitän Matze-Demann. Jonas Hector nominiert, wird in Russland dabei sein. Unter anderem in Sochi wird gespielt gegen Australien und Kamerun. Wir freuen uns drauf auf diese WM-Generalprobe. Lehmann gleich die Chance. Und noch nicht das Tor. Nächste Chance, Lehmann. Hut wird ab. Jetzt ist der Ball drin. Dritte Chance, das Tor für Köln. Sie haben es genutzt, sie haben es gleich gemacht. Das Tor, Jojic. Und das ist die Führung gegen Mainz 05. Geht das deftig los für das Team von Martin Schmidt. Jojic macht es dann im dritten Anlauf. Weil Mainz den Ball nicht wegbricht. Hut ist zweimal dran und schafft es dann nicht zu verteidigen. 1 zu 0. Köln ist dran in der Europa League. Köln kann es schaffen. Modest sofort da. Lehmann beteiligt. Ganz kurioser Start für die Kölner. Geht richtig gut los. Miloš Jojic. Vor einigen Jahren aus Dortmund gekommen. Und der Traumstart für den FC. Nach nicht mal 10 Minuten schon das Tor gegen die Mainzer. Und ohne, dass jetzt Panik entsteht. Aber allzu viele gegen Tor darf Mainz nicht kassieren. Sonst könnte es nochmal spannend werden. Kein Foul von Innenverteidiger Heinz an Jean Cordoba. Lukas Klünter. Ja. Dominik Heinz. Wieder Klünter. Und Mainz mit Fabian Frey. Laufduell mit dem Kölner-Torschützen Jojic. Flank ist gut. Rausgeforstet von Horn. Nächster Anlauf Öston Ali. Und Cordoba gesucht. Rausgeköpft. Gibt den ersten Eckstoß der Partie für die 0-5er. Heinz war dran. Auch schon seit 2 Jahren in Köln. Kamen damals aus Kaiserslautern. Hat die großen Jahre erlebt mit dem FCK. Dreimal fast aufgestiegen in die Bundesliga. Und jetzt gesetzt beim FC. Meistens links in der Verteidigung. Wenn Hector im Mittelfeld spielt. Heute, weil Subotic kurzzeitig ausfiel. Auf der Innenverteidigerposition. Neben Jonas Hector. Eckstoß kein Problem. Für Köln-Storwart Timo Horn. Hatte sich Chancen ausgerechnet dabei zu sein in Russland. Aber am Ende gab es doch kein Vorbeikommen. Der Mann, der im letzten Sommer bei Olympia dabei war. Silbermedaillengewinner von Rio. Eine großartige Leistung damals gezeigt hat. Beim Olympischen Turnier. Gefeiert hier in Köln, weil er dabei war. Dazu ja Jonas Hector, Nationalspieler. Und Lukas Bodoitski, ehemaliger Kölner, verabschiedet. Das sind die großen Hoffnungen der Kölner Richtung Nationalmannschaft. Jojic. Stand richtig. Beim Tor der Kölner. Sörensen weiter für Klünter. Mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Mitspieler Hartl wird gehen nach Berlin zur Union. Wird in der zweiten Bundesliga vielleicht noch mehr Einsätze bekommen. Die Kölner haben auch was für die Zukunft getan. Haben hier auch Escan noch, der bereits in der Saison oft gespielt hat im Profikader. Höger. Herrlich gespielt. Modest. Und Hut noch dran. Riesentat vom Mainzer Torwart. Von Yannick Huth, der sich endlich zeigen kann. Kriegt die Hand noch ran. Wichtig vom Mainzer Schlussmann. Wäre das nächste Tor für Modest gewesen. Er kann noch rankommen. Braucht aber schon viele Tore. Das, was die Mainzer nicht zulassen dürfen. Das braucht Modest, um noch Torjäger zu werden. Vor Lewandowski, vor Aubameyang. Langeneckstoß für Köln, Matthias Lehmann. Ja, gar nicht mal so schlecht. Stellt den Mainzer frei vor Riesenprobleme. War flach vor den kurzen Fasken getreten. Ganz ungewöhnlich. Und frei verstolpert den Ball. Nächster Under für den ehemaligen St. Pauli-Spieler Lehmann. Es gab da einen kleinen Rempler gegen Anthony Modest. Aber das hat Schiedsrichter Gräfe nicht abgefiffen. Ball ins Nichts für Yuya Osako. Abstoß für Yannick Huth. Und wir sehen auch mal diesen kuriosen Auftakt. Keine drei Minuten gespielt. Huth war noch dran. Dann beim zweiten Andor von Lehmann, der erst den Pfosten traf. Dann war Huth zur Stelle. Und dann stand Jujic richtig. Konnte einfach reinschieben. Ganz kurioser Beginn, der die Mainzer mal kurz zittern ließ. Jetzt haben sie zumindest mal die Kontrolle bekommen. Aber richtig gut sieht das nicht aus. Bei dem Team, das am letzten Wochenende mit einer Willensleistung, mit einem Erfolg gegen Frankfurt aller Voraussehnung nach die Klasse gehalten hat. Sie müssen nur dann zittern, wenn Hamburg das Spiel gewinnt und Mainz ganz hoch verliert. Dann könnte es noch mal bitter werden. Aber dafür muss schon einiges passieren. Auch Augsburg muss entsprechend mit der Tordifferenz noch vor den Mainzer landen. Es ist höchst unwahrscheinlich. Sie haben am letzten Wochenende gefeiert, dass Mainz absteigt unwahrscheinlich. Wahrscheinlich eher, dass Köln Europa-League spielen wird. Mit dem Ergebnis sieht es richtig gut aus für die Domstädter. Konkurrenz ist da. Ein Punkt entfernt. Meistens, da ist alles hauchdünn. Ein Sieg kann Köln reinbefördern, wenn die Konkurrenz schwächelt. Und da ja unter anderem Freiburg in München spielt, ist die Chance groß, mit einem Sieg für die Kölner im nächsten Jahr endlich mal wieder dabei zu sein. Im Europa-Pokkei. Muto. Jebberma. Brosinski. Klasse gemacht gegen Klünter. Verliert das Lauftürl. Brosinski, herrlich gemacht. Und Cordoba mit dem Kopfball. Kann sich nicht durchsetzen. Schwacht davor gemacht von Hartl. Von Klünter, Verzeihung. Wieder am Ball. Hat Glück. Marco Hüger, der Kölner. Geboren in dieser Stadt und jetzt nach Jahren auf Schalke auch angekommen beim FC. Bietenkurt. Klasse gemacht. Herrlich durchgesetzt. Hektor. Hektor. Nochmal Bietenkurt. Im Zusammenspiel mit Jonas Hektor. Wieder durchgesetzt. Marco Hüger. Das geht alles viel zu schnell für die Mainzer Modest. Osako verpasst den Ball. Gut. Auf der Linie. Rückpass angenommen und dann weitergespielt. Aber davor lief der Ball ausgezeichnet bei den Kölnern, die das problemlos da spielen konnten. Mit Direktpässen. Einmal quer durch die Mainzer Verteidigung. Brosinski. Halbe Stunde gespielt. Es ist alles im Lot für Mainz. Es geht einfach nur darum, ein Debakel zu vermeiden. Es ja nicht spannend zu machen. Aber ein 10-0, das wird nicht passieren aus Sicht der Mainzer. Und auf der anderen Seite hat Köln alles getan, wenn es dabei bleibt, was sie selber tun konnten. Und dann wird es spannend in den nächsten Minuten werden. Muto. Man wird schauen, was in den anderen Partien passiert. Bei Freiburg, bei Werder, bei Hertha. Und ob es reicht, dabei zu sein. Marco Höger. Balogun. Früh angelaufen von Modest und Osako. Donati. Jabbamau weiter für frei. Muto links ist Platz. Rayo mal wieder gegen Jukas Glün. Der hat Riesenprobleme auf seiner Seite mit Rayo, mit Brosinski. Die nächste Flanke wird gefährlicher. Gerade über links, über Brosinski, über Rayo geht es, weil Klünter doch seine Probleme hat mit den Mainzer Außenspielern. Klar, der ist relativ jung, relativ unerfahren in der Bundesliga. Das haben die Mainzer sich jetzt ausgeguckt, dass sie über seine Seite kommen und Hector versuchen zu vermeiden. Denn die sind bärenstark auf der linken Seite. Bieten Kurt, Hector machen das richtig stark. Klünter hat seine Probleme. Eckstoß hauen. Rausgefaustet, wieder gerade so angekommen. Aber da wanken die Kölner jetzt doch bedächtig bei Reingaben, gerade von links, bei Ecken oder auch bei Flanken aus dem Spiel. Haben sie Probleme. Klünter. Ballgewinn von Rayo, Jujic. Jetzt mal geschickt. Und jetzt kann es schnell gehen für die Kölner. Flanke ist weit. Modest kommt nicht ran. Aber zumindest Eckstoß. Weil Donati nicht wusste, ob da noch einer lauerte aus der Kölner Mannschaft ins Aus geköpft. Alles sicher verteidigt von Donati, dem ehemaligen Leverkusener. Vier Minuten bis zur Halbzeitpartie. Plätschert dahin. Wenig Chancen für die Kölner. Mainz mal über die Außengefährdung. Vielleicht jetzt mal wieder Gefahr durch die Kölner. Eckstoß Lehmann. Rausgefaustet von Hut. Nächste Chance. Lehmann kurz mit Sörensen. Klünter. Zu scharf gespielt für Lehmann. Mainz mit Östdonadi und Donati. Jibbermann. Rosinski. Ballverlust gegen Osako. Nachspielzeit beginnt. Zwei Minuten angezeigt. Und dann würde Köln eine Halbzeitführung mitnehmen. Dann hätten sie selber das getan, was sie tun mussten. Ein Sieg gegen Mainz war Pflicht, um dabei zu sein. Weil sie wissen, dass die Konkurrenz nicht dabei ist. Irgendjemand wird gewinnen. Umso wichtiger, wenn Köln es ebenfalls schafft. Modest hat selber noch seine Chance nicht gehabt. Jujic herrlich durchgedribbelt. Immer noch Jujic aufgehalten. Dann vom Kapitän von Stefan Bell. Der Gutstand, der das gut gemacht hat gegen Köln. Miloš Jujic. Cordoba. Mainz kommt nochmal mit frei. Östdonadi. Steil gespielt. Und er kommt an diesem Ball fast dran. Hektor stand richtig. Halbzeit jetzt im Müngersdorfer Stadion. Und Köln führt durch das frühe, kuriose Tor von Jujic. Doppelstaus, Lehmann. Dann stand Jujic richtig. Hat abgestabt. Hat das Tor gemacht gegen Mainz. Unterm Strich eine knappe Führung, die zwar verdient ist, aber die Kölner müssen sich steigern. Mainz hat alle Chancen, selber noch mit einem Unentschieden, einem Sieg alles klar zu machen. Müssen eigentlich nicht mehr wirklich zittern. Ein Debakel ist längst vermieden. Wir melden uns gleich wieder mit dem zweiten Durchgang aus Köln mit den letzten 45 Minuten im Müngersdorfer Stadion. Köln gegen Mainz. Bis gleich.